Ich würde sagen, wir machen noch ins W-Rennen. Du hast um 25 Uhr gewusst. Ne, aber am 18. Ab 30. Februar. Also gleich. Und dann feierst du nicht rein? Würde ich ja gerne, wenn ich nicht am Montag Prüfung hätte. Ja, aber scheiß drauf. Mal los noch einmal im Jahr. Ich verstehe den Kreis nicht. Außerdem kann ich eh am Endertag feiern. Die Map hatten wir vorhin auch noch nicht, oder? Stimmt. Ne, das ist die erste. Doch, die hatten wir als allererste. Ne, ne. Ne, die allererste war die DL Team. Da war ich nicht dabei. Da war ich nicht dabei. So, wen wir zu dritt waren. So, da war ich auch noch nicht da. Da kam ich ja nicht. Aber ich kam pünktlich um 20 Uhr, also habt ihr vorher angefangen. Das geht schon mal gar nicht. Wir mussten ja vorfarmen, damit wir gegen deine Präsenz bestehen können. Ich kam pünktlich um 19.59 Uhr hier an. Das ist überpünktlich, das gibt Abzug in der B-Note. Nein, oder du auch keinen Boost bekommst. Ne, ich war mit Reden. Schiffe-Boost. Ja, weil ich hatte was mehr. Aber stimmt, da kann man einen Meer-Boost hier kriegen. Den Meeres-Boost. Vielleicht habe ich ja auch einen Boost-Bug, ich weiß es nicht. Ja, ist egal. Am Anfang hinter den Leuten ganze Fahrt ist eh besser. Ja, da ist er schon überholt. Haha. Da gibt es übrigens ein Looping. Ja, da. Ja, da kannst du mal schneller fahren hier. Was soll denn das? Boah, was für Klobel hier. Der Slowline-Dot-Word-Down. Ich muss dich ja, du wolltest ja nicht Platz machen. Ich bekomm keine High-Taps bei dir alle Knobbel. Long Short. Der Siegel-Knigge. Ähm, sorry. Musste falsch rum linken. Hat nicht so ganz geklappt. Was ist feuerig? Und du bist in deinem... Ah, ist echt... Nein, du warst zu spät. Deine Rosette. Weniger reimen, mehr fahren. Das hast du doch gar nicht so reimen. Das war ja nicht mehr gescheit, dass das schaden ist. Das sagt mir der Mechle-Meister. Das sagt mir der Mechle-Meister. Ja, auf jeden Fall. Warum bin ich es jetzt zu hinterher? Warum ist es aus, du hast mich durchgefahren? Oh, Grimtox lackt so, ey. Ah, geht doch. Du Sack. Welcher Dixer hat mich von der Strecke gestoßen? Ein Fehler und man geht so weit nach hinten. Das ist unfassbar, ey. Also, ich würde dich niemals vom Strecken heran stoßen, ja? Vom Bett. Vom Bett. Mit dem Becken aus dem Bett gestoßen. Und... Sport die Scheiße. Eigentlich müsste Sonic zum Super-Headshot werden, wenn er holzt. Ja, dann müsste er so rennen übers Wasser. Wird er nicht golden? Lass den Kram los. Naja, kommt einfach nur Flügel. Ne. Oh, warte. Ich hab hier was gefunden. Wer ist da? Mein Sack, ey. Endbox, du kannst dich ja überprüfen. Oh, schon wieder Erster. Ey, die Flies. Vom 2 auf 7. Ich hab's auf den 2. geschafft mit dem Oldstar. Ja. Ich bin 6, ich bin 6, Elixir. Keine Ahnung, ey. Ich bin 12, und was ist das? 12 Jahre? Ich bin dafür, wir töten Vanitas. Ich bin dafür, wir töten Vanitas. Ei, 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 ei. Ja, ich finde auch, man sollte ihn abtreiben. Boah, nachträglich. Ich bin dafür, wir reisen zurück in die Zukunft. Was? Ui, das wäre ganz schön verwirrend. Ja, musst du das Ding nur noch 20 Jahre reinstellen, dann bist du da. Wir reisen in die Vergangenheit und sorgen dafür, dass du abgetrieben bist. Mit einem rostigen Stück Draht. Ja, habt ihr alle schon beim Soft-Fuck-Spiel gelernt, wie das geht, ne? Ja. Obwohl ich den zweiten, äh, das... Wer hat meinen Faha genommen, welcher Dixer? Etwa uns gibt den her, du Sack. Ah, ich hasse dich hinter dir. Ich weiß gar nicht, wie ich dich pleitigen soll, die so... so Dagen. Ich hab mal ne flinke Finger. Deine flinke Finger kannst du gleich woanders benutzen. Ich glaub, wir hatten alle Strecken. Gut. Wer hat nachher vorher nochmal Kinderfinger gegessen? Das war ich. Kinderfinger. Das war guten alten Wurstfinger. Naja, der gute... äh, die gute Carrier-Zone, da bin ich eben auch rausgeflohen. Weißt, die hab ich ja auch noch nicht... Autsch. Ah, der Carrier ist toll. Eeeh, Bananen. Ich hab nur Mondkuchen, das ist fast genauso gut. Vor allen Dingen, weil ich jetzt mit meinem General-Blindern spiele. Mach ne Anzeige. General-Blindern. Afterburner. Kriegt auch ein mexikalischem Gericht. Doch, die haben... Boah, wat? Ich hol dich, Garm. Boris Garm. Lecker Garm. Boah. 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 Ah, you activated my Handschuhe. It's a Trap card. Oh, ja! Eingeeist und umgedreht. So wie du es verdient hast. Schrimps mit Gummis. Schrimps mit Gummi. Ich hatte für einen Moment den Arsch auf. Nein! Jums! Ich bin verdreht. Nein, 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 vorbeigeflogen. Scheiße. Mach eine Biegefliege. Ich war gerade von den Jets verrückt. Oh, du Peller, ich hab gerade mein Hot Rod gezündet. Ich auch. Deinen heißen Stab. Meine heiße Hute. Mela in die Luft geflogen. Ja, alle Kisten mitgenommen. Fang, weins. Ja, f*** dich, oder? Im Fox, leck mich. Ja, nein. Jetzt werde ich erst dann. Wofür? Glaubst du doch selber nicht. Quack! Ich gucke, ich bin schon dritter. Können wir bitte aufhören, mich alle zu überholen? Schon nicht mehr. Ja, aufhören zu existieren. Oh nein, ich bin schon ab. Dann, f*** ich. Nein, wo ist denn vorbeigefahren? Können wir, Fisch. Alter, ich drifte voll ins Auto rein. Oh, Vant, block doch nicht! Oh, jetzt trifft mich hier alles. Das ist ja unfassbar. Jetzt bin ich Zehnter und alle so, yeah. Ja, klar, das ist aber alles da. Besteht's eigentlich bei Dortmund gegen Bayern? 4 zu 4. Ich hab gewonnen. 1 zu 1 Million. Glückspiel. Ich dräuft sich zu 3. Jura! Wer dann auch immer hinterher ist. Das ist bestimmt ein Jura. Ja, na klar. Jura ist echt eine... Was zur Hölle war das? Ey, die NPCs, die nehmen die Abkürzung, als ob das gar nichts wäre. Ja, ich hab's auch geschafft. Hab's auch geschafft. Dann kam so ein komischer Kerl mit Regen, hat mich abgeschossen. Mit deinem Bling-Bling, glaubst du kannst du alles machen, oder was? Ich check hier jetzt mal gar nicht, dass die Abkürzung da schon können, die auch schon wieder zu werden. Ah! Gleich, ich muss ausschalten, das Blaufürcht ist Yoda. Gerne doch. So, auch ein Geschenk, hier. Alter, ich kann der Erste werden. Ich werde erster werden. Tötet M-Pox. Ah, die NPCs. Rettet den Regenwald. Rettet den Regenwald. Ich seh den Ersten Platz davorne. Fireballs for everyone. Fireburning, Fire... Oh fuck, Stunt gefailed. Fudge fail. Erster Platz! Das ist Vanitas wie immer. Oh, ich hasse euch alle. Ich bin Erster Platz. Alle auf Grimtox, er muss noch hinter mich kommen. In der Wannsend kann man M-Pox nicht töten. Alle auf Grimtox. Genau. Nein! Friss das, nein! Nein, Grimtox klaut meine Alten. Ich muss die Abkürzung schaffen. Ey, war geil? Ja, ihr habt alle Kisten aus dem Weg geräumt. Sehr gut. Nein! Nein, ich hab bald fast eingeschoben. Bin aber glaube ich noch vorbei. Oh, wer ist denn? Game-Pox, Alter. Der war der Aegis-Guy. Der Gyps-Tour nicht, ey. Ich hatte gerade den Ersten Platz kurz vorm Ziel und dann war ich falsch rum. Alter, Silna, du Penner. Silna, du Penner. Das ist doch zum Kotzen, man. Ich geb's nochmal den RC-Karten. Naja, zumindest ist Grimtox hinter mir. Ja, weil ich mich in der letzten Runde, in der letzten Hälfte Alit getroffen hab. Alit! Ich hab Alit mitgenommen. Ich war Trost, aber immerhin einen Trost. Ich war wie eine Nutte in den 1800er Jahren. Ich hab mir Alit abgeholt. Auf so einem Flugzeugträger. Ich wär nochmal für die Mett. Ne. Die Abkürzung ist kackig, die check ich nie. Dann lass sie aus, ich fahr sie auch nicht. Ja, ich fahr sie auch nicht, weil ich die nie seh. Was bedeuten eigentlich diese komischen vier Männchen da unten, die immer so drum tanzen mit so komischen... Ja, das ist wie viele Leute du an deinem PC mitspielen willst. Achso. Das hast du vorhin aus Versehen wahrscheinlich gemacht hast. Naja. Was auch immer. Aus Versehen. Wir spielen jetzt The Real of Scouts Online. Hab ich schon gespielt, das ist Level 16 oder so. Ja, ich hab auch mein Level 51er. Du bist schon Veteranenstufe 18 oder wie ich haufe es. Veteranenstufe 1, seitdem irgendwie... Hab ich denn Level 4. Ja. Ein großer Erfolg. Ich hab nur während des Headstarts gespielt. Headstart-Key war auch kostenlos. Stimmt, waren die ja irgendwann. Was hab ich denn das genommen? Gar nichts. Du bist so eine Prinzessin mit drei Rädern. Oh, Prinzessin. Das ist ein toller Fett. M-Box ist Pudding. Was zur Hölle? Da hat's gerade einen aus der Löffel schon. Da hat's gerade... Du, ich bin die Löffel. Da werde ich erstmal in die Seite geboxt. Oh, M-Box ist Ohlala. Ohlala. Hauptsache, es ist nicht leicht. Das ist für Pudding. War nicht das Kind den Namen. Da sind Joda und zwei NPCs vor mir. Ich hab zweimal eine Drohne. Natürlich gehen die beiden Drohnen nur auf die NPCs. Jo, ja musst richtig zählen, Junge. Jong. Ich hab mal jemanden... So ein Feuerball. Ich kann das Spiel eigentlich nichts für, wenn du scheiße wirst. Hab ich mich so an Sonic gewohnt, jetzt weiß ich gar nichts mehr mit der Schlampel. Ohlala. 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 Die magst du zwar extensiv kleidert, trotzdem ist die nicht gleich eine Note, M-Box. Doch. Aber auch lustig, wie mittlerweile im M-Box macht die Woche immer mehr Wörter. Ach, zu passen. Du Penner! Flash Pinguin, du Arschloch. Ja, Mutti. Was? Hä? Unschuldig. Du hast mich runtergeschubst. Woran Bote ich während ihr noch fangt? Honing the race. Honing the race. Ich fordere Gericht durchkommen. Hast du gesoffen? Nein. Nein, ich hab gekokst. Koks und Nutten, ein wahres Leben der Gewinner. Mein eigenes Card-Racing-Game mit Koks und Nutten. Die Slow-Klappen, wenn ich das nicht schaufe, weil ich auf dem TV-Platz bin. Mit Blackjack und Professor. Und Bier. Und Bart. Was? Warum ist die Straße kaputt? Ach ja, Leute, wo ich gerade so bestimmt so 500 Zuschauer im Stream habe, ne? Ich hab ein Problem. Ich war heute bei Pico und Glockenburg und hab mir eine Hose gekauft. Und das war ziemlich ein Weg. Und diese, um das Wort nochmal zu wiederholen, Mütte an der Kasse hat vergessen, dieses komische Dinger abzumachen. Das weiße. Hast du schon geklaut? Das hat sie nicht. Das hat sie nicht. Das hat sie nicht. Ja, das hat sie vergessen. Bist du durch die Tür gekommen? Gar nichts. Das hat nicht gepiepst. Das hat nichts gemacht so. Und wie krieg ich dieses scheiß weiße Dinger zu dir? Ja, da musst du wieder hingehen, glaub ich. Schrauben zu dir. Wie ich da jetzt an der Brücke hängen bin. Mit Magneten oder so. Hast du einen starken Magneten zu Hause? Ist das mit Magneten oder was? Bestimmt. Wie soll's sonst sein? Mit Magie? Ich hab schon gegoogelt. Da gibt's welche mit Flüssigkeit. Wenn man da manipuliert, dann soll die Hose kaputt auslaufen. Und leg das in die Luft. Ne, das war den Softstick, den ich gekauft habe. Weiß nicht, wer das mit Twitter gelesen hat. Ich hab das gesehen. Ich hab das still noch nicht gecheckt. Da stand drauf. Bitte nicht am Gerät lutschen. Ja, ist doch so explizit. Weil ich so nicht gerne anstehen. Also ein Surfstick. Äh. Und da drunter stand... Darf ich noch mal ein bisschen... Wenn da wenigstens was drauf gestanden hätte, dann hätte einer diesen Stick nicht in offenen Meeren verwenden oder so. Ne, und da drunter stand, also das eine war nicht lutschend, dann explodiert's und das andere war nicht einmal. Warum nicht einmal? Aber ich bin mein Stick dopperschön an. Dann lächst du jetzt auch. Ja, ich dachte drunter, dass es verkleben könnte oder sowas. Ich mach aber immer einen Glitter-Steigen-Staub. Ja, ich wollte den auch noch. Fäben-Steigen. Mein Game-Man ist ganz großartig. Ah, verdammt. Alter! Woo! Bei wem kann ich letzte Ratete? Ratete-Pastete. Runde Ratete. Ja, ich bin der siegende Hermaphrodite. So, war das die letzte Runde oder was? Ja, ich glaub das zumindest vierter. Ich wird Gag-Man. So, ich schreib das jetzt mal hier, damit ihr das sehen könnt. Warte. Ich kann auch meinetwegen weiterzocken. Ich hab aber Hunger. So, pass auf, ich zeig das jetzt. Foto machen. Foto machen. Foto machen. Bayern führt 1-2 im aktuellen. Drei Rahmen. Also mit war ich mit 4-4 doch ganz gut da. Okay, so lange wie ich lebe, bin ich ganz kurz auf.